Think different. Wie Ideen entstehen, die unsere Welt verändern. Innovation ist in nahezu allen Unternehmen ein wichtiges Thema. Selbst große Konzerne verordnen sich eine Start-up-Kultur, tauschen die Krawatten gegen Sneaker oder treffen sich in den neuen Innovationsräumen, um Tischkicker zu spielen. Doch was passiert wirklich in Unternehmen, die eine funktionierende Innovationskultur haben? In diesem Vortrag werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der großen und auch kleinen Innovationen der letzten Jahre, die unser Leben verändert haben. Welche Faktoren müssen vorhanden sein, damit in einem Unternehmen Innovationen entstehen können? Was sind funktionierende Ressourcen und Methoden, die Teams einsetzen, um dies zu erreichen? Und wie sieht Führung aus die Ideenentwicklung an Sport? Was kann der Einzelne tun, damit er mehr Ideen und bessere Ideen generiert? Die Zuschauer erleben, dass hinter der Entstehung von Innovationen häufig viel weniger Genialität steckt als konkrete Verhaltensweisen, die jedes Team in seinem eigenen Arbeitsalltag etablieren kann. Dieser Vortrag ist besonders geeignet für Organisationen, für Unternehmen, die gerade zu Beginn eines Veränderungsprozesses sind oder die mittendrin stecken. Und die wollen, dass ihre Mitarbeiter zu mehr Ideen und zu Andersdenken inspiriert werden. Der Vortrag enthält eine Vielzahl von Beispielen und Werkzeugen, auch aus meinem eigenen Innovationsalltag, die die Zuschauer danach in ihren Arbeitsalltag integrieren wollen. Think different heißt nicht nur neues Denken, sondern auch neues Handeln. Dazu soll der Vortrag inspirieren. Vielen Dank. Vielen Dank.